Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Jassin. Und ja, Freunde, also ich war ja heute nicht im Stadion. Ich weiß nicht, ob ich euch das gesagt hatte, denn ich hatte heute ein Turnier, ja, also ein Fußballturnier und ja, wir wurden letzter, vierter. Aber das soll auch nicht Thema des Videos sein. Und zwar geht es mir um diese Niederlage hier von uns gegen, ja, gegen Holstein Kiel. Also tut mir leid, Leute, aber ich war echt sprachlos, wo ich dieses Ergebnis gesehen habe. Ich meine, du kannst gegen Kiel verlieren, klar. Wir sind kein Aufstiegskandidat, sind wir für mich nicht, hat man ja in diesem Spiel gesehen. Klar, wir spielen oben mit, aber ob wir am Ende aufsteigen, ist halt die andere Sache. Ich glaube nicht. Und das hat sich auch in diesem Spiel hier bestätigt, dass wir überhaupt nicht, ja, in die Top 3 oben reingehören. Denn, ja, also was ich so gehört habe, wir haben eigentlich relativ gut angefangen. Wir haben in den ersten 10 Minuten Go-to-Chancen gehabt. Und dann ist Kiel halt, so wie wir vor, war das letzte, nee, das war vor zwei Wochen, wie wir gegen Düsseldorf, sind die mit ihrer ersten Aktion in Führung gegangen. Ja, das gibt natürlich einer Mannschaft Selbstvertrauen, wenn du einzeln in Führung gehst, direkt mit der ersten Aktion. Und so kam auch ungefähr 15 Minuten vor dem Halbzeitpfiff kam das 2-0. Und, ja, wie gesagt, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie das Spiel hier war, weil, ja, ich war, wie gesagt, nicht im Stadion, aber es war eine sehr, sehr schwache Partie. Das muss man schon dazu sagen. Dazu hat Enzo auch noch eine rote Karte, bekommt Holpby durchzubrechen. Enzo hat den Fuß viel zu hoch und trifft den Kapitän, den Schulterkopf. Für Altzück die rote Karte, ja gut, klare rote Karte, du triffst den Gegner an der Schulter, beziehungsweise am Kopf, ja, ist eine klare rote Karte, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ja, also Anfang zweiter Hälfte wurde das 3-0 schon gemacht, 52. Minute wurde eigentlich alles schon klar. Ja, Paderborns Defensive ist nur Beiwerk, Schulz bricht im Zentrum nach Machinos Zuspiel durch. Dann sehen weder Rohr noch Böhring besonders glücklich aus und schon steht das 3-0 für den Tabellenzweiten. Ja, also, wie gesagt, Freunde, ich kann nicht allzu viel sagen zum Spiel. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich heute nicht im Stadion war. Also, wenn ich mir das so angucke, wie das Spiel heute verlaufen ist, bin ich froh, dass ich nicht da war. Ja, aber gut, das Spiel ist halt jetzt nun mal durch. Hier nochmal das 4-0-Meß steckt mit etwas Glück zu Niehoff durch, der von halblinks aus sieben Meter in den linken Winkel trifft. Also, ja, ich würde schon sagen, verdienter Sieg für Kiel. Also, wir waren heute, ja, nicht allzu gut dabei. Und das Spiel wäre sogar fast abgebrochen worden, denn, ja, unsere Anhänger, also unsere Ultras haben sogar Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen. Denn, Leute, das mit dem DFL-Investor ist natürlich noch nicht durch. Und dann ist ja klar, es gibt weiterhin Proteste. Das Spiel, habe ich gehört, wäre fast vor dem Abbruch gewesen. Aber dann ist quasi auch mit dem Co-Trainer, beziehungsweise mit dem gesamten Trainerteam nochmal zu den Ultras gegangen, hat mit unserem Kapo geredet. Und dann hat das sich wohl wieder alles beruhigt. Und quasi auch war froh, dass das Spiel zu Ende gebracht werden konnte. Weil Spielabbruch wäre natürlich auch nicht so nice gewesen. Also, keine Frage, Kiel, ja, hochverdient, drei Punkte geholt. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, wir müssen es einfach abhaken, was heute passiert ist. Es geht nächste Woche Freitag weiter gegen WN Wiesbaden. Und da müssen wir definitiv ein anderes Gesicht zeigen, was Kwasak auch gesagt hatte. So ein Spiel wird er nur einmal in der Saison sehen. Beziehungsweise natürlich will man so ein Spiel nicht sehen, aber so ein Spiel passiert nur einmal in der Saison und das war heute der Fall. Ja, ähm, wir müssen definitiv gegen Wiesbaden am Freitag eine andere Leistung zeigen, beziehungsweise ein anderes Gesicht zeigen. Ähm, und dann sollten wir das eigentlich ganz gut hinbekommen. Denn, äh, gegen Kaislautern und gegen Düsseldorf haben wir ja auch nicht schlecht gespielt. Also, ja, wir können ja mal kurz drauf schauen, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Und, ähm, Rostock hat gegen Hamburg 2-2 gespielt und Schalke gewinnt gegen Wiesbaden. Also, ja, ähm, ich hoffe, wir verbessern uns im Spiel gegen Wiesbaden wieder, denn das wären echt wichtige drei Punkte. Nicht, um, äh, obendranne zu bleiben, sondern im Allgemeinen. Ähm, denn, ähm, ja, hier seht ihr einmal die Tabelle und, ähm, wir wollen natürlich so schnell wie möglich den Klassenerhalt fix machen und dafür kannst du natürlich jetzt drei Punkte gut gebrauchen. Ähm, man hat in der Regel mit 40 Punkten den Klassenerhalt fix, also fehlen uns noch sechs Punkte. Und wenn wir gegen Wiesbaden gewinnen sollten, sind es noch drei und, ähm, das sollten wir dann eigentlich schnell hinbekommen. Hier könnt ihr kurz einmal sehen, wer noch an dem Spieltag an uns vorbeiziehen kann. Und zwar kann es nur noch Düsseldorf, dann würden wir um einen Tabellenplatz abrutschen. Ich, ich hoffe, Karlsruhe spielt unentschieden oder gewinnt die Partie, damit Düsseldorf nicht an uns vorbeizieht. Aber wenn es am Ende so passiert, dann passiert es halt so. Ansonsten würde ich sagen, Leute, ich bin echt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, sprachlos, wie die Partie heute verlaufen ist. Da wäre bestimmt um einiges mehr drin gewesen, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn ihr euch das Video gefallen habt, gerne liken, gerne abonnieren, gerne Glocke aktivieren. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.